Ich hab zwar nicht mehr auf meinem Kanal und ja Freunde ich hab mir doch lieber ein anderes Labor gebaut von das andere weil das ja irgendwie ein bisschen so das mochte ich nicht so gerne deswegen hab ich hier ein anderes Labor gebaut das ist wo viel cooler ist und das ist das ihr guckt aah also ich brauche mein Schwert ja ja wir haben es geschafft Freunde erstmal Freunde müssen wir die Bösen heilen guck mal ja 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 und auch für den juhu und jetzt alle heilen so Freunde dann brauchen wir keine Stöpfe an um die dann zu Corona testen ja so und jetzt auch der neue Aufzug Freunde hab ich sogar ohne kein Stefan geschafft juhu ja und dann unten ist einfach so ein Lama zu mir gekommen alles klar ich mir hätte gedacht ups das geht nicht he he ups 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 muss ich wieder zubauen das darf man eigentlich nicht sehen schade so so ich hab's geschafft und juhu aha ich hab's reingeschafft hier muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen mal Lama du störst ein bisschen Lama ich will sehen wie dich töten ich muss es freilassen Lama hier Stürf steht für dich offen es passt nicht nein es ist zu fett okay sie sind schon wieder alle gut die werden gerade geheilt Freunde die Welt besteht aus Teilen oh alle werden gut alle sind von der Zombie-Invasion geheilt Jungs ich hab euch erschaffen ihr dürft in 50 Stunden raus wenn ihr kein Corona habt das müssen wir noch testen mit meinem Freund Karl Steffen ihr habt die noch nie gesehen ja ihr habt die noch nie gesehen deswegen alle müssen warten auf Karl Steffen dann müsst ihr in 50 Stunden äh fast 50 Stunden warten dann dürft ihr raus ja so ich will selbst ein Essen das schmeckt nämlich so gut hab ich sogar ein bisschen mehr Leben ich glaub ich muss zumachen Freunde was können wir hier noch reinbauen mhm müssen wir das Labor oder ja selbst noch ein bisschen verbessern hier bauen wir nicht rein ich glaub wir bauen das sind die anderen so 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 Lolo Pilikus schafft das keine Angst okay hier wollen wir dann in den riesigen Raum Dürfen wir auch nicht zu viel bauen, Freunde. So. Bekund, dass du schon fest fertig fährst. So. Und dann war mir das hier auch besser. Ups, jetzt habe ich ein bisschen Scheiß gebaut. Hehe. Ups, wir müssen eigentlich hier schon gleich zu Ende sein. So, dann ist es ja auch gleichmäßig, oder? Ne, jetzt ist es hier noch zwei. Doch hier noch. Hier ist drei. Hööö. Ich glaube, wir müssen dann noch hier. Und jetzt müssen wir einfach weiter. Ich zieh's jetzt einfach so lang, wie ich so lang sein muss. Ähm, okay. So, ähm, okay. Ich zieh's jetzt einfach so lang, wie ich so lang sein muss. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Äh, ich hab mich verzählt. Wahrscheinlich sechs. So, ähm, gut. Dieses Mal brauchen wir eine kleine Eisentür. Eine Eisentür, Eisentür, Eisentür. Eisentür. Und den Hebel. Hebel. Ich brauche mal noch Schwert, falls ja ein ganz, ganz Böser kommt. Ja, okay. Ich glaube, das ist schon gut so. Ähm. So. Wie bauen wir das jetzt hier rein? So, ein bisschen Redstone brauchen wir gleich. Redstone. Das brauchen wir ja nicht, gar nicht. Aber egal. Wir müssen noch kurz den Boden aushüllen. Freunde, habt ihr schon gedacht, ich vergiss das? Habt ihr schon gedacht, ich vergesse das? Niemals würde ich das vergessen. Boden zu machen. Ja, ein paar Mal vielleicht schon vergessen, aber jetzt hab ich's nicht vergessen. Hehehe. So. Ha, schön wieder ein Mensch zu sein. Die Dicke dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. So. Ein wunderschöner Raum. Okay. Hier müssen wir natürlich ein bisschen experimentieren. Ich würde sagen, machen wir hier die ganze Zeile voll. Hier überall. So. Hier ein bisschen Wasser. Und jetzt müssen wir alles beschriften, was was ist. Okay. Hier muss man gucken, ob jemand ein Monster ist. Monster. Zombie. Zombie. Vampir. Ähm. Vampir. Ähm. Vampir. Corona. Oh. Mehr fällt mir grad nicht ein. ein. Oh, die heißt es. Ähm. Wie heißt es? Ähm. hier, guckt man. Das ist ein Labor. Und das gucke ich gleich. So. Arta. Ich brauche einen Stock. Auf jeden Fall einen Stock. So, Freunde. Ein Stock hier. Und sieben. So. Okay, und jetzt ab damit ins Labor. Da ist ein Blut. Erstmal müssen wir Corona abtesten. So, jetzt wird es gerade getestet. Vampir. Also rot heißt, dass es man ist. Und grün heißt, dass es man nicht ist. So, Blut wieder nehmen. Und Zombie. Und ein Monster. Da. So. Freunde. Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen abtesten lassen. Ach, das glaube ich schon in leichte Farbe alles. So. Aber okay, Freunde. Ich würde schon sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, abonnieren und die Klocke quieren. Tschüssi. Untertitelung. BR 2018